Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe einen neuen Ausbild-Glitch für euch am Start und zwar wie ihr solo die Heiß-Raub-Überfall-Tasche bekommen könnt, beziehungsweise Duffelback-Tasche. Ich muss euch aber von vornherein schon mal sagen, es ist ein bisschen ekelhafter Glitch, weil ich selber habe wirklich eine Stunde gebraucht, bis ich sie endlich hatte. Also es funktioniert wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht beim ersten Mal und hätte Chris den Glitch nicht hochgeladen, wäre ich davon ausgegangen, dass er eigentlich gar nicht funktioniert, weil ich habe in verlängerer Zeit mal ausprobiert und er wollte auch nicht funktionieren. Erstmal fettes Shootout an dich Chris, schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei, ich habe ihn mal unten in der Videobeschreibung verlinkt, weil ohne ihn könnte ich den Glitch jetzt nicht zeigen, weil ich nicht glauben würde, dass er überhaupt funktioniert. Deswegen schaut bei ihm vorbei, lässt ihm Grüße von mir da, könnt ihr natürlich auch ein Abo dalassen, würde sich natürlich freuen und erstmal danke an dich Chris, dass du ihn hochgeladen hast und somit kann ich euch auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe es selber eine Stunde lang probiert und bis es dann endlich geklappt hat und ich zeige euch jetzt in dem Video, wie das funktioniert. Und nun braucht ihr ein ganz bestimmtes Outfit, falls ihr das noch nicht gekauft habt, geht ihr einfach in irgendein Bekleidungsgeschäft, geht dort zur netten Thekenfrau, geht dann auf Outfits, Raubüberfall salopp und wählt das letzte Outfit aus, also das Yankton Outfit. Das zieht ihr euch an und dann verlässt ihr den Bekleidungsladen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr jetzt fortfahren könnt. Und zwar die eine Möglichkeit ist, ihr öffnet euer Handy, geht auf schnellen Job, Raubüberfall, in Lobby sofort beitreten. Oder ihr nehmt die zweite Möglichkeit und wählt irgendeinen Raubüberfall, das ihr auf euer Handy bekommen habt, von irgendeinem Random-Spieler, von eurem Kumpel oder sonst irgendjemandem und tretet dem Raubüberfall bei. Sobald ihr dann beigetreten seid, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr sehr schnell reagiert. Sobald ihr im Auswahlfenster seid, wo ihr euer Outfits theoretisch wechseln könnt, müsst ihr sofort die Kreistaste drücken und sofort X drücken, damit ihr den Job sofort verlässt. Das heißt, wenn ihr zu lange in einem Menü drin seid, kann es sein, dass es nicht funktioniert. Und deswegen empfehle ich euch, sobald ihr den Auswahlbildschirm habt mit euren Outfits, sofort Kreis drücken, sofort X drücken und mir dann alles richtig geklappt hat, was unter Umständen wirklich sehr lang dauern kann, dann habt ihr die Heißt-Raubüberfall-Tasche im freien Modus und könnt die dann ganz normal in eurem Apartment oder in irgendeinem beliebigen Bekleidungsgeschäft abspeichern und habt dann diese Heißt-Raubüberfall-Tasche, mit der ihr dann einige anderen Outfit-Clitches kombinieren könnt. Aber, ja, das zeige ich euch, glaube ich, mal in einem anderen Video, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist erstmal, dass ihr die Raubüberfall-Tasche habt für zukünftige Outfit-Clitches. Ich finde den Glitch richtig gut. Das einzige Blöde ist halt wirklich, dass ihr unter Umständen ewig lang braucht, bis es dann endlich mal funktioniert hat. Zeit bin ich böse, wenn es beim ersten oder beim zwanzigsten Mal nicht funktioniert hat, aber ich selber habe es selber sehr lang gebraucht, bis es dann funktioniert hat, aber dieser Glitch funktioniert. Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, lasst mir ein Like da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst mir doch ein Abo da. Wird mich natürlich tierisch darüber freuen und würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Also, Jungs, haut rein, macht's gut, ciao. Wird mich, haut rein, macht's gut, 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 haut rein, macht's gut 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 rein, macht